Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen heute wieder mal ein bisschen Star Wars Movie Duels. Und heute gibt es eine Mission in der womöglich besten animierten Serie aller Zeiten. Und zwar Star Wars Rebels. Okay, aber mal Spaß beiseite. Wir spielen wirklich eine Mission aus Rebels, aber Twin Suns, also eine der coolsten Episoden der ganzen Serie. Darth Maul irrt durch die Wüste auf der Suche nach seinem Erzfeind Obi-Wan Kenobi. Und was ihm da ganz gut geholfen hätte, wird tatsächlich ein bisschen Eistee von Holy, Leute. Denn gerade jetzt, wo das Wetter wieder ein bisschen wärmer wird, ist so ein erfrischender Eistee einfach nur nice. Und Holy bietet da ein richtig gutes Angebot. Selbst bei Trustpilot haben die eine richtig gute Bewertung von 4,7 und da sind so viele zufriedene Kunden. Denn das Gute bei dem Holy Eistee ist, dass es nicht wie bei anderen Produkten einfach so zugemüllt ist mit Chemie und Zucker. Sondern es basiert halt auf echter, natürlicher Teebasis. Damit ist es halt auch einfach deutlich gesünder und hat halt insgesamt nur 20 Kalorien auf einem halben Liter. Das Ganze ist auch super einfach zu Hause gemacht. Einfach nur einen Löffel Pulver in den Shaker geben, Wasser drauf, ein bisschen abschaken und schon hat man seinen Eistee. Und wenn ihr jetzt Bock drauf habt, das Ganze auch mal auszuprobieren, dann checkt auch gerne mal das Probierpaket ab. Oder halt aber auch direkt eure liebste Eisteesorte. Mit dem Code TOMBIE5 könnt ihr dabei auf eure erste Bestellung noch 5 Euro sparen. Oder aber mit dem Code TOMBIE könnt ihr insgesamt auf eure Bestellung 10% sparen. Der Link ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Und jetzt geht's auch weiter. Aber jetzt mal back to topic. Wir spielen auf jeden Fall als erstes Obi-Wan. Ich bin gespannt, ob es hier ein alternatives Ende gibt bei Darth Maul. Let's go! Look what has become of you. A rat in the desert. Look what I have risen above. I have come to kill you, but perhaps it's worse to leave you here, festering in your squalor. If you define yourself by your power to take life, your desire to dominate, to possess, then you have nothing. Ich liebe den Dialog hier zwischen den beiden. Why come to this place? Not simply to hide. Oh, you have a purpose here. Perhaps you are protecting something. No. Protecting someone. Jetzt wird's ernst, mein Freund. Kann ich den jetzt auch mit einem Hit weghauen? Hat er sich jetzt gerade selber geschnitten? Hä? Was soll denn das? Wie geht das in meinem Lagerfeuer? Das ist ausgemacht. Aha! Kennst du noch den Stechmoop? Oh, den kennt er noch. Okay. Warum macht denn der diesen Sound? Kannst du auch den Drehmoop ausweichen? Er ist hier, du kannst es. Er ist entwaffnet. Hinder! Nein, er weicht aus. Der Jami. Er fällt doch einfach in die Arme. Er fällt doch einfach in die Arme. Ich liebe die Szene, aber es ist so geil mit diesen extremen Animationen. Auf einmal, wo der Kopf so richtig schnell wegfällt. Super. Okay, dann checken wir das Ganze jetzt auch noch mal mit Darth Maul aus. Ab geht's. Schau, was von dir geworden ist. Ein Rat im Deserat. Okay, dann wollen wir mal mit dem guten Darth Maul. Mal gucken, ob der jetzt ein alternatives Ende kriegt hier irgendwie. Ob ich dann irgendwie der Gewinner bin. Alter Opa, was habe ich denn so? Was ist denn hier? Hab Angst, hab Angst. Der hat gar keine Angst. Das bringt rein gar nichts. Griff, Dark Rage. Okay, wir machen den Würgegriff. Oh, er macht auch wieder den Super Move. Der Würgegriff macht gar nichts. Oh, ich muss fliehen. Ich muss fliehen. Oh mein Gott, wie aggressiv bist du denn? Ich dachte, du definierst dich nicht darüber, irgendwie Leben zu nehmen. Er hat mich entwaffnet. Er hat mich entwaffnet. Ah, er heilt sich. Er sagt, jetzt kommt mein Special Darth Maul. Super duper Move. Oh, er ging ja voll ins Leben. Jetzt reicht's hier aber wirklich. Alter Opa, das mach ich fertig. Ich hab mein ganzes Leben lang fast mein Rivale. Und jetzt hab ich gewonnen. Yeah. Ja, ich gewinne wirklich. Oh mein Gott. Wo kommt denn das her? Wo sagt der das denn? Oh, das ist ja super cool. Alter, das hat mir wieder richtig gut gefallen. Ist das aus Clone Wars irgendwo? Auf Deutsch wird das irgendwas wie Du enttäuscht mich oder ihr enttäuscht mich. Naja gut. Ey Leute, wenn ihr's wisst, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war es wieder mal. Wir haben leider keine weitere Mission, die ich noch spielen kann bei Star Wars Movie Duels. Wir haben tatsächlich jetzt wieder auf dem aktuellen Stand alle Sachen einmal wenigstens gespielt. Und von daher war es heute wahrscheinlich eine relativ kurze Episode. Aber dennoch, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Checkt auch unbedingt gerne den Holy Ice D aus. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.